An Deutschlands magischste Schule brodelt es wieder gewaltig. Hulda Stechbart? Hören Sie auf damit... Ich schon wieder. Felix, wir gehen nach Dubai. Papa, hier sind meine Freunde. Was? Das können Sie nicht machen. Ich wünschte, meine Eltern wären klein und ich groß. Dann müssten sie alles machen, was ich ihnen sage. Das willst du nicht. Doch, genau das. Wir suchen Direktorin Schmidt-Gossenwein. Oh nein. Felix, wir haben ganz doll Hunger und müssen ganz dringend aufs Klo. Jetzt hört er das sagen und muss feststellen, dass kleine Eltern großen Ärger machen. Da war so eine Frau. Hulda Stechart. Die lebt doch schon lange nicht mehr. Ihr werdet diese Schule bald nicht wiedererkennen. Ab Januar. Leonard, ich werde dich auslöschen. Ich brauche meine Freunde. Allein kriege ich euch nicht wieder groß. Diese Stechbart ist eine Art Zombie und will die Schule übernehmen. Das lassen wir nicht zu. Also, was ist der Plan? Wir können euch doch helfen. Ich kann mir gleich die sieben Zwerge rufen. Müssen klein und groß zusammenhalten, um die Schule zu retten. Sie sind auch geschrumpft? Ja. Er ist verrückt geworden. Das ist ja lebensgefährlich. Lauf, Felix, lauf! Familie Pizza! Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Ist er ekelhaft! Ab 18. Januar im echt großen Kino.